Hallo Leute, zurück mit Let's Play... Entschuldigung, Elfescape 3! Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, als ich total zerstört wurde. Und unglaublicherweise passiert das schon wieder. Legal. So. Ah, das ist kein Problem hier für uns, dem Wunderritter. Die Motto ist auch gefangen. Fehlt noch drei. Die werden wir irgendwo da finden. Sehr schön. ja fliegs schneller, okay? äh, nicht da danke kam da gerade aus technischen Schwierigkeiten nicht heraus jetzt muss ich gleich diesen ja, danke ja, es tut mir leid, ich wollte eigentlich nie niesen, aber, ah, das muss daraus ne, ne, ne äh, Flugzeug, 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 Böses Flugzeug, Böses Flugzeug, Böses Flugzeug, was ich kaputt machen kann, ne, ne irgendwo aha da ist aber bestimmt ein Apfel drin oder? nö, aber uh, 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 uh eine Menge Geld und sich also doch dö, 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 dö dö, 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 dö dö, dö, dö äh, muss das sein? das hängt auf mich so an Banjo-Kazooie aah warum strotzen diese letz-, äh, was ist das letzte Level, aber was also, warum strotzen diese Level nur noch vor schlechten Erinnerungen? ne, ehh was ne, der ist über mir okay dö, 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 dö Mike, da also nicht über mir gewesen doch, eigentlich schon ha kümmere ich mich später drum Da sind aber zwei Ufos. Ja, super. Ich liebe ja Ufo-Affen. Affen-Ufos, wie auch immer. Aha! Jello. Arsch. Okay, Jello und... Jello-Bongo oder Bongo-Jello. Auf alle Fälle haben wir auch die Fälle geschafft und hinter uns gelassen. Das finde ich sehr schön. Tipp-Topp-Gun erledigt. Tap-Tap-Du. Ja, finde ich auch. Das heißt, wir können uns wieder einkaufen gehen. Ja. Dieses Level hat uns doch auf alle Fälle sehr viele Punkte gegeben. Leckere Bananen-Rezepte. Bananen-Pudding, Bananen-Mousse, Bananen-Parfait, Bananen-Saft, frittierte Bananen, Bananen-Fondue, Bananen-Sushi, Bananen-Suppe, so viele Bananen zuzubereiten. Etwas Mayonnaise ist am besten. Noch heute ausprobieren. Kommen wir vor wie in einer Werbung. Tipp-Topp-Gun, der Affe, der aus dem Himmel kam. Affen waren im All und wurden im B-52er geschnallt. Diesmal setzt ein Affen-Piloten-Arzt alles aufs Spiel für eine Romanzin-Überschall. Ja, okay. Können Sie wohl sagen, der Weg des Affen. Mit jeder Extra-Banane wird Jackie Chim stärker. Aber ist er mutig genug, sich seiner nörgelnden Stiefmutter zu stellen? In dieser todesmutigen Kampfprobe, äh, Kraftprobe, wurde keine Stuntman eingesetzt. Gut, keine Stuntman, keine Stuntman. Oh mein Gott, mein Deutsch lässt es zu wünschen. Egal. Nimm, 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 nimm. Foto. Sehenburg. Oh, nee, nicht schon wieder so ein Mammut-Ding. Nee, äh. Geimes Foto. Totes Rennen. Tch. Sehr geil. Ein Helmburg. Boah, du Scheiße. Und das? Ein Senkrecht-Statter-Burg. Ach so. Also, 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 also. Mehr Filme. Rosa-Affen-Kampf. Der erste Verhang. Ach, der war doch so toll. Wechsel deinen Geister-Tanz-Titel und fühle dich wie neu. Aha. Gut, ähm, ja, sechs Minuten. Was machen wir jetzt? Äh, planlos im Kreis rumdrehen? Wie war's mit Speichern? Guck mir beim Speichern zu, Leute. Und dann beende ich den Part. Ha, 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 ha. Ein 40% schon. Ha, das ging doch sehr gut. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auch wenn das mal wieder ein kürzerer Part war. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und tschüss.